Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair cut-cure Bei mir ist das jetzt! Ich bin das Baby! Hä, was mach ich denn jetzt? Du musst aufpassen, dass ich nicht sterbe! Ich verstehe mal, wo du bist! Wo bist du schon wieder? Oh, was ist das lecker? Wie trinke ich das? Guck mal, ich werd schon ganz... Es sind auch irgendwo, wir sind in der ganzen Wohnung Pillen versteckt. Mit der du mich, mit dem du wieder heilen kannst. Hä? Wo bist du denn? Warum bist du so schön? Nein, nicht der Mülleimer! Doch! Da ist bestimmt leckere Zeug drin! Hallo! Oh, was? Ja, ganz viel Papiermüll! Lecker, 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 lecker! Schmeckt das lecker! Ich hab mein Bildschirm angerotzt, muss mal kurz wegwischen. Alter, was bist du nur für ein Kind? Ich geh da mal wieder! Ich geh da mal wieder! Bist du da drin angefangen, oder was? Oh, hier ist noch was leckeres! Leute, da kommt man wieder raus! Oh, ich hab gewonnen, ich bin tot! Lam, Lam 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 Lam! Mai! Ey, wo ist es hin? Nein! Hey! Look, kann ich da reinklettern? Ey, ich steck da drinnen! Ja! Packofen Alter Dir einen Pillen Nein Use Pills Oh man jetzt seh ich wieder normal aus Oho Martin Wie geht das aus? Press Lock Ne nicht locken Komm da raus Wenn du dich hinkriechst, Alter wie schlecht das aus Verpiss dich doch mal mit dem Fucking Ich kann dir das denn abnehmen Ja LOL Alter bei mir ist schon alles voll orange What the fuck Junge das ist wie auf dem LSD Trip Was ist das denn? Ist nicht du Ficker Was ist denn hier drinnen? Oh Junge Du packst einen Alter Junge Bloh hier ist ein Dildo Haha Ja guck Zieh der rein Fuck du hast wie gesehen Ey kann ich damit spielen? Weil der rummobbelt Ne geht nicht Loll der wobbelt voll Der wobbelt echt voll Und man ne Bin ich immer der scheiß Daddy Ich will den Lampi erstmal runter Zack Hä Ey was und zack Komm da nicht dran Ja schade Salz ja auch nicht Mh lecker Was ist HAH Oh lecker Oh tschüss Pasch mich nicht Ich war nicht immer Wie wird das used Hahahaha Hör bitte auf dich hinzuhecken Alter das Ich muss einfach mich anklicken damit Mann Mit E oder mit Q Ja keine Ahnung Ich bin gleich tot Oh du hast noch 7% Es funktioniert gar nicht Es funktioniert gar nicht Hahahaha So das sind doch nicht Das sind doch nicht mal die Pillen Hahahaha 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 Alter hast du mich erschrocken Er war voll der Dumpscare Womit Wo bist du denn Hahahaha 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 Da bist du Hahahaha Du hast ne Gabel Nein Hahahaha Wie nehm ich dir die weg Geh doch weg Oh hier Ist noch was drin Ich hab ne Gabel Fick dich Wie kann ich die Gabel denn Woii ist heute losgelassen Nein Hahaha Ja ich hab die Pillen Tschüss Kann ich dich ja stechen Ja Was ich hab das für eine Jacke Ja 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 Ey mach ich die Türs Nein 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 Warte Oha Hey wie gib ich dir hin Oh scheiße Ja oh tschüss Oh Ich hab mich weggeschoben Nein Ich fange fest Hahaha Ja Steckdose ich komme Wie nutze ich das Hä Alter Hahaha Hä Ich hab doch so'n Scheiß an Lockerjungen Farsch mich nicht Ja Wo bist eben du jetzt alter Hahaha Wie geht das Wie geht das Wie geht das aus